Hallo, Martin Meter hier. Heute erkläre ich euch, warum eine unsterbliche Seele das gleiche wäre wie ein Perpetuum mobile. Wie komme ich auf den Vergleich zum Perpetuum mobile? Hauptsächlich deshalb, weil beides etwas mit Energie zu tun hat. Der Ausdruck Perpetuum mobile stammt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie etwas sich ständig Bewegendes, das heißt eine Maschine, die sich selbständig immer weiter dreht und nicht stehen bleibt, ohne dass ihr von außen Energie zugeführt werden müsste. Im Prinzip wäre das eine tolle Sache. Man könnte so eine Maschine zum Beispiel zur Stromerzeugung nutzen, ohne dass man Energie dazu bräuchte. Man könnte Autos damit bauen, die nie aufgetankt und nie aufgeladen werden müssten und keine Abgase hätten. Vor etwa 300 Jahren gab es viele Erfinder, die versucht hatten, ein Perpetuum mobile zu bauen und vorzuführen. Das Dumme daran, es ist nie gelungen. Kein einziges Mal. Dank der modernen Physik weiß man heute sogar, warum das nie geklappt hat. Es ist nicht nur praktisch, sondern schon theoretisch unmöglich, ein Perpetuum mobile zu bauen. Jedes vermeintliche Perpetuum mobile beruht auf einer Milchmädchenrechnung, die in Wahrheit nie aufgeht. Und weil man das heute sicher weiß, ist es reine Zeitverschwendung, trotzdem eins erfinden zu wollen. Wer es trotzdem versucht, hat keine Ahnung von Physik und von Thermodynamik, von Entropie und Energie. Energie ist grob gesagt die Fähigkeit, Veränderungen zu bewirken. Das bedeutet aber auch, jedes System, in dem Veränderungen vor sich gehen, braucht eine Energiequelle. Ohne die Zufuhr von Energie kommen die Veränderungen in dem System über kurz oder lang zum Stillstand. Und jetzt kommt's, zu diesem System, in dem Veränderungen passieren, zählt auch der Geist, das Bewusstsein, die Seele, das Ich oder wie immer man es nennen will. Tatsächlich ist es ja so, dass im Bewusstsein ständig Veränderungen stattfinden. Neue Erfahrungen werden gemacht, Gedanken kommen und gehen. Im Englischen spricht man vom Stream of Consciousness, vom Fluss des Bewusstseins und dem Train of Thought, dem Eisenbahnzug der Gedanken. Beide Redensarten betonen den dynamischen Charakter des Bewusstseins. Damit ich denken kann, müssen sich Daten ändern. Ein Bewusstsein, in dem keine Änderung von Daten stattfindet, wäre kein aktives, waches, lebendiges Bewusstsein, sondern bestenfalls eine Art angehaltenes Bewusstsein, so wie im traumlosen Tiefschlaf. Ein aktives Bewusstsein beruht also auf der Veränderung von Daten. Und für diese Veränderung braucht man Energie. Man kann heute genau berechnen, wie groß die Mindestenergie ist, die nötig ist, um ein einzelnes Bit zu ändern. Sie ist sehr gering, aber eben nicht Null. Wenn man ein Bit ändert und die dazu benötigte Energie aufwendet, dann wird diese Energie nicht etwa in Information umgewandelt. Information ist keine Energieform. Vielmehr ist das so, die benötigte Energie zum Ändern des Bits wird einfach in Wärme umgewandelt. Zusammengefasst, das Bewusstsein lebt aufgrund von Datenveränderung und dazu ist physikalische Energie nötig. Information ist etwas Physikalisches und deshalb ist Bewusstsein etwas Physikalisches. Bewusstsein ist nichts Überphysikalisches oder Übernatürliches. Von etwas Übernatürlichem würde man doch erwarten, dass es nicht von schnöder, physikalischer Energie abhängt. Und weil das Bewusstsein nichts Übernatürliches ist, kann es auch nicht ohne ein physikalisches Gehirn existieren oder zumindest einem ähnlich komplexen physikalischen Informationsverarbeitungsapparat. Esoteriker hören so etwas gar nicht gern, denn sie wünschen sich ein Bewusstsein, das weiterlebt, wenn das Gehirn stirbt. Deshalb haben manche Esoteriker einen scheinbaren Ausweg gefunden. Sie behaupten einfach, das Bewusstsein bräuchte keine äußere Energie zuvor, weil es selbst aus Energie bestehen würde. Das ist aber eindeutig falsch. In meinem Video vom 4. März 2019 mit dem Titel »Warum die Seele keine Energie ist« wird das genauer erklärt. Das Bewusstsein besteht nicht aus Energie, aber seine Erzeugung braucht Energie. So ähnlich wie auch der Spielfilm auf meinem Fernsehgerät nicht aus Energie besteht, aber Energie braucht, damit er auf dem Fernseher läuft. Ohne Fernsehgerät und dessen Energieversorgung läuft bei mir kein Film und ohne Gehirn und dessen Energieversorgung läuft bei mir kein Bewusstsein. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Gehirn und Fernsehgerät. Der Fernseher ist nur ein stures, dummes Wiedergabegerät für einen Film, der außerhalb des Fernsehers produziert wurde. Im Gegensatz dazu ist das Gehirn aber kein dummer Empfänger. Es ist viel komplexer und intelligenter. Es erzeugt sozusagen seinen Film selbst, anstatt ihn von außen zu empfangen. Dieser Film, das ist meine eigene, einzigartige Welt, meine relative Realität, wie ich es nenne, einschließlich meines Ichs und meiner Gefühle. All das wird erzeugt von meinem Gehirn und dazu braucht es ständig neue, von außen zugeführte Energie, letzten Endes in Form von Nahrung. Meine Seele, mein Bewusstsein oder wie immer man es nennen will, existiert nicht etwa von selbst, sondern nur solange, wie mein Gehirn mit Energie versorgt wird. Eine Seele, die nicht auf äußere Energie zuvor angewiesen ist, kann es genauso wenig geben wie eine Maschine, die immer weiter läuft, ohne von außen Energie zu bekommen. Eine unsterbliche Seele wäre das gleiche wie ein Perpetuum mobile. Wer sich mit den erwiesenen Erkenntnissen der Physik auseinandersetzt, stellt fest, es gibt kein Perpetuum mobile. Und wer sich mit den erwiesenen Erkenntnissen der Hirnforschung auseinandersetzt, wird einsehen, es gibt keine unsterbliche Seele und folglich auch kein Jenseits. Mit dem Jenseitsglauben verhält es sich so wie mit dem Glauben an ein Perpetuum mobile. Es wird einfach irgendwas behauptet und sich in einer Ecke verrannt. Experimentell bewiesene Erkenntnisse aus der Wissenschaft werden dabei völlig außer Acht gelassen. Im Fall des Perpetuum mobile ist es die Physik, die ignoriert wird. Im Fall der sogenannten Nahtodforschung ist es die Hirnforschung und die Physik. Anders gesagt, bevor man sich daran machen kann, ein Perpetuum mobile zu bauen, müsste man zuerst einmal grundlegende bewiesene Erkenntnisse der Physik widerlegen. Und bevor man sich daran machen kann, Nahtodforschung zu betreiben und die Ergebnisse als Hinweis auf ein angebliches Jenseits aufzufassen, müsste man zuerst einmal grundlegende bewiesene Erkenntnisse aus der Hirnforschung widerlegen. Und aus der Physik. Die Hirnforschung einfach zu ignorieren und Patienten mit Herzstillstand zu unterstellen, sie würden Botschaften aus dem Jenseits mitbringen, ist genauso unsinnig, wie die Physik zu ignorieren und zu versuchen, ein Perpetuum mobile zu bauen. Die sogenannte Nahtodforschung, die Suche nach einem Jenseits, ist genauso sinnlos wie die Perpetuum mobile Forschung. Das hält aber einige Leute nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen. So gab es beispielsweise die groß angelegte AWARE-Studie, in der religiöse Fundamentalisten und Esoteriker verzweifelt versucht hatten, eine unsterbliche Seele nachzuweisen. Spoiler, hat nicht geklappt. Genauso wenig wie die ganzen anderen Versuche vorher. Und was machen die? Ist denn vielleicht mal der Gedanke gekommen, dass man kein Jenseits nachweisen kann, weil es kein Jenseits gibt? Nein, natürlich nicht. Dann wäre man ja kein waschechter Fundamentalist mehr. Und weil die AWARE-Studie den erhofften Nachweis nicht erbracht hatte, wurde mittlerweile – hier ahnt es bereits – eine zweite AWARE-Studie begonnen, mit dem einfallsreichen Titel AWARE 2. Ich wage jetzt mal eine Prognose. Auch diese Studie wird, sofern sie sauber durchgeführt ist, den erhofften Beweis für eine unsterbliche Seele nicht erbringen. Es wird genauso wenig funktionieren, wie all die Versuche, ein Perpetuum mobile zu bauen. Und letzten Endes aus dem gleichen Grund. Zum Schluss noch ein Zitat von Seetang dem Älteren. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach probiert. Und siehe da, es ging nicht. Danke für eure Aufmerksamkeit.